Willkommen zu einer Weitfolge Minecraft. Immer noch alleine, selbe Aufnahme-Session. Äh, ja, wir sind ja immer noch dabei, irgendwie den Heimweg zu finden. Aber viel Hoffnung mache ich mir da gerade nie. Ich wüsste ehrlich gesagt nie, wo wir sind. Hä? Hä? Fliegender Schnee? Na nun. Ist ja geil. Womöste der, das Wasser hier nicht eigentlich gefrieren komplett? Hm. Gehen wir jetzt mal hier hoch, vielleicht haben wir noch eine bessere Übersicht, wo wir hin müssen. Ach was. Ist nicht wahr. Hier oben sind wir? Krass. Da braucht man sich ja gar nicht wundern, dass man hier keine Diamanten findet, ne? Mann, 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 Mann. Also, dass wir hier noch näher von unserem Haus sind, hätte ich nie gedacht. Sonst unbedingt hier oben noch mal ein bisschen umgucken dann. Vielleicht mal eine kleine Wanderung machen. Mit genug Fackeln. Das ist sonst ein Mist, wenn wir nicht mehr zurückfinden. Also, werden wir uns jetzt ständig Fackeln ansetzen. Wenn wir auf Wanderung gehen. Also nehmen wir wahrscheinlich 3, 4, 5, äh, 64 Stacks Fackeln mit. Und ein Pferd, damit es halt schneller geht. Genau, das machen wir jetzt. Aber erstmal nach Hause und das ganze Zeug in den Brunen bringen. Da haben wir uns der Haxen gebrochen. Ah, hier ist unser Lava Berg. Okay. Oh yeah, wir sind wieder da. Wir sind wieder zu Hause. So, irgendwas wollte ich noch machen. Wie brauchen wir hier? Schere. Da noch was dran, genau. Da muss man ja auch mal abfrieren hier. Alter, kriegst du nur eins raus, oder was? Und jetzt da oben? Tatsache. Da muss man die Dinger hier Stück für Stück einzeln. Na, klasse. Da muss man auch Salze machen. So. 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 Ernten der Wanken. Wenn wir die jetzt abgebaut haben alle, schauen wir dann den ganzen Klapperadatsch ins Haus, rüsten uns neu aus und gehen wir auf Wanderschaft. Und diesmal werden wir definitiv zurückfinden, wenn wir uns ständig Fackeln legen. So. So. Oh, scheinen, glaube ich, gleich dunkel zu werden. Ne gut. Oh, haben wir nun rausgekriegt. Cool. Oh, das war's. Oh, das war's. Na ja. Man kann ja nie immer klacken. So. So. Endlich wieder zu Hause. Na um. Das ganze Zeug jetzt hier in den Öfen. Da noch. Was ist das? Was sieht's aus? Okay. Machen wir hier nochmal schnell eine Kiste. Hauen wir erstmal alles nur so rein. Oh. Pflanzen haben wir genug. Wunderbar. Okay. Äh. Die Kohle nehmen wir nochmal mit. Fleisch haben wir noch genug. Okay. Eine Axt sollte man dann mitnehmen. Oder hier irgendwo. Wer hat noch hier irgendwo eine Axt? Ah, hier. So. Falls wir Zeug finden, was wir doch noch gebrauchen könnten. Reichen. Nehmen wir die zwei Mütze. Machen wir jetzt daraus paar Stiggis. Und jetzt eine Menge Fackeln. Ich dachte eine Menge Fackeln. Das hauen wir rein. Das hauen wir rein. Äh. Jetzt haben wir hier noch Fackeln. So. Das dürfte eigentlich reichen. Rüstung. So sieht soweit noch ganz gut aus. Und dann gehen wir mal schlafen. So. Oh. Da brennt blüten das Calcium. Schau. Ein Pferd ist noch gesattelt. Ne. Sind sie nicht. Wie soll so anders sein? Wollen wir mal schnell einen Sattel holen? Hä? Ein Club da hinten? Mal nach wo? Hier. So. Nun gehts los. Die Welt erkunden. Ne. Das fährt halt noch. hoch. Huch. Das hat doch wohl nicht viel Leben. Ne. Die haben so wenig Leben. das ist schön. Ich finde die hat ein Meer. Das ist komisch. Huch. 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 So. Fackeln haben wir uns jetzt immer gesetzt. Oh. Boah. Hm. So. Wirklich weit sind wir jetzt auch nie gekommen. So. Um auf den Berg hochzukommen. Vielleicht schon mal da mehr Glück. Oh. Äh. Äh. War auch nicht so wirklich. Da hinten kommen wir ja echt nie weit. Gucken wir mal, dass wir hier unbeschadet runter kommen. Und versuchen einfach mal in die Richtung da zu reiten. Die erste Fackelspur schon weg. Verdammt. Tichter Wald hier schon wieder. Na, hier hoch du Gaul. Oh, nee, hä? Oh, die scheiß Blätter. Na, jetzt aber. Oh, der Wald ist extrem dicht, ey. Halt mir mal in die Richtung. Oh. Das tat ihm heute gar nicht gut. Ich klappe mit der Idee hier, mit dem Fackeln und so. Das war nur so eine Schnapsidee. Oh, Mann, ey. Auf dem Pferd kannst du wohl miserabel abbauen, ey. Hätten wahrscheinlich ohne Pferd losziehen sollen. Ne, das wird nichts mit Pferd. Oh, da hinten haben wir eine Ebene. Oh, shit. Guck mal, dass wir irgendwie zu der Ebene händerkommen. Riesenpülze. Okay. Oh, gut. Guck mal, was ist denn hier? Und noch ein Pferd. Guck mal, da fackeln schon wieder alle. Huch. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Durch den Wald will ich jetzt nicht unbedingt. Das wäre blöd. Kommt sehr kaum voran. Reiten wir mal da hin. Da haben wir noch eine Ebene. Fakkeln, die sind schon wieder alle. Okay, wir sind aber auch schon wieder am Folgenden angelangt, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.